Wie man unschwer erkennen kann, frisches Wasser und frisches Futter, das gibt es beide jeden Tag zweimal, sorgt immer wieder für große Begeisterung bei unserem Geflügel auf dem Gnadenhof Brödel. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Und wenn euch das Video gefallen hat, dann abonniert gerne unseren Kanal oder schaut euch das nächste Video an. Dann fällt gerne ein Like oder einen Kommentar, denn unser Ziel ist, dass wir 1000 Abonnenten schaffen und dass YouTube ein bisschen Geld in unsere Projekte steckt. Zusammengefasst, unsere Tiere und wir, wir werden YouTube-Stars.